Entspannungsmeditation am Meer Bevor wir anfangen zu meditieren, versuchen wir unsere Gedanken und Gefühle, den immer tätigen Verstand, zu beruhigen. Wir atmen mehrmals tief ein und aus und konzentrieren unser Bewusstsein auf diese Atemzüge. Ich atme tief ein und aus und beim Ausatmen lasse ich alles los, was mich belastet. Nehmen Sie sich Zeit, tief ein- und auszuatmen, bis Sie fühlen, dass in Ihrem Atemrhythmus eingetaucht sind. Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Gedanken und Gefühle langsam zur Ruhe kommen, bauen wir uns einen wunderschönen Lichtschutzmantel. Er ist sehr wichtig, sich vor der Meditation durch das göttliche Licht zu schützen. Wir stehen in einer Lichtsäule mit mindestens einem Meter Durchmesser. Weißes Licht hüllt uns ein. Dabei spüren wir, wie dieses Licht immer schöner und heller wird. Es leuchtet immer stärker und wir fühlen uns wohl und geborgen in diesem Licht. Wir fühlen, wie eine wunderbare Wärme und Liebe unseren Körper durchströmt und genießen dieses wunderbare Gefühl. Unsere Gedankenwelt wird erfüllt von dem inneren Bewusstsein. Ich stehe in diesem Licht und ich nehme es dankbar an. Ich bin eins mit diesem Licht. Dieses Licht beschützt mich und weist alles ab, was weniger als Licht ist. Die Strahlen sind weiß mit warmen, goldenen Tonen. Die goldene Sonne in unserem Herzen wächst und wächst. Unsere ganze Aufmerksamkeit ruht auf dieser Sonne. Alles andere ist in diesem Moment unwichtig. Unsere ganze Konzentration fokussieren wir auf das Ein- und Ausatmen in die goldene Sonne, und fühlen, wie sie dadurch lebendiger und stärker wird. Wir versinken langsam in dieser Sonne. Wir atmen tief ein und schicken unseren Atem in die Sonne hinein. Atmen tief aus und schicken die Strahlen in unsere Lichtsäule hinein. Dadurch wird sie schöner, heller und kraftvoller. Unser Inneres spürt immer mehr Ruhe und Harmonie. Wir werden ganz, ganz leicht. Wie eine Feder schweben wir in dem Licht hoch und höher und höher. Es gibt keine Zeit und keinen Raum. Wir schauen nach oben und sehen, dass am Ende der Lichtsäule ein wunderschöner, strahlender Weg sich vor uns ausbreitet. Am Anfang des Weges sehen wir goldene Sandalen für uns bereitstehen. Wir ziehen sie freudig an und fühlen, wie aus diesen goldenen Sandalen eine wunderbare, warme Energie an unseren Beinen hochströmt. Unser ganzes Inneres wird von diesem wunderbaren Licht und Wärme erfüllt. Unsere Beine fangen an, von alleine zu laufen. Der Weg führt durch einen wunderschönen Wald. Wir bewundern die Schönheit der Natur, fühlen die Kühle der Bäume, die tiefe, innere Stille im Wald. Vor uns steht auf einmal ein riesiger Baum. Er strahlt eine majestätische Ruhe und Frieden aus. Wir verspüren das innere Bedürfnis, ihn zu begrüßen und umarmen ihn ganz spontan. Wir fühlen seine raue Rinde unter unseren Fingern, fühlen die wunderbare Ruhe, die er ausstrahlt. Wir fühlen seinen Atem. Er vermischt sich mit unserem Atem. Wir werden in diesem Moment eins mit dem Baum und danken ihm für seine Schönheit, für seinen Frieden. Wir lösen unsere Umarmung und gehen weiter. Der Wald geht bald zu Ende und wir kommen zu einem wunderschönen Strand. Wir haben das Gefühl, dass dieser Strand kein Ende hat. Wir fühlen den weichen, feinkörnigen Sand unter unseren Sandalen. Sie leuchten wie pures Gold auf dem weißen Strand. Wir fühlen die leichte Brise auf unserer Haut. Den weichen Hauch der Liebe und des unendlichen Friedens. Auf der rechten Seite sehen wir exotische Palmen, deren Blätter sich unter der sanften Brise beugen und einen wunderschönen weichen Klang einer harmonischen Melodie von sich geben. Unser Blick schweift über den weißen Strand zum berauschenden Meer. Es ist nur ab und zu eine kleine Welle zu sehen. Das warme Wasser umspült unsere Knöchel. Am Horizont geht die Sonne auf. Ganz langsam zeigt sie sich in ihrer weichen, morgendlichen Röte. Sie steigt langsam hoch und scheint in einem immer intensiveren Gold und rubinroten Ton. Wir fühlen, wie diese wunderschönen Strahlen unsere Haut berühren. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Die Wärme, die sich auf unserer Haut ausbreitet. Die rubinrot Farbe hüllt unseren physischen Körper ein. Es ist die Farbe und Energie des göttlichen Friedens. Wir genießen diesen Augenblick der absoluten Ruhe. Ruhe und Frieden. Wir werden eins mit diesem Frieden. Wir heben unsere Arme hoch und wünschen Frieden für alle Menschen unserer Erde. Die Sonne steigt höher und höher. Die Strahlen wechseln zu Orange und Gold. Die weiche Energie der Strahlen berührt unsere Haut, unsere Gefühle und Gedanken. Wir fühlen eine wunderbare, positive, kraftvolle Energie in uns hochsteigen. Sie durchdringt alle Zellen unseres Körpers und verleiht uns ein wunderbares Gefühl von Lebensfreude und Zuversicht. Wir senken unsere Arme und sehen, dass sich das Meer beruhigt hat. Es ist wie ein glatter Spiegel. Spiegel unserer Seele, die sich in Harmonie und Frieden befindet. Wir entscheiden uns jetzt, diesen Strand langsam zu verlassen. Wir drehen uns um und laufen langsam, ganz langsam. Der feinkörnige Sand knirscht unter unseren goldenen Sandalen. Am Ende des Strandes sehen wir unseren Lichtweg wieder. Er breitet sich vor unserem geistigen Auge aus wie ein lichtvoller Teppich. Wir laufen sanft und beschwingt über diesen Weg. Am Ende des Weges ziehen wir unsere Sandalen aus und lassen uns durch die Lichtsäule langsam nach unten fallen, wie eine leichte Feder. Wir schweben im Licht ganz, ganz leicht zurück in unseren Körper. Wir gehen mit unserem Bewusstsein langsam in den Körper zurück und fühlen uns sehr wohl und geborgen in unserem physischen Körper. Wir fühlen den Stuhl oder die Unterlage unter uns. Atmen tief ein und aus und machen langsam die Augen auf. Anຐde es von Thunder und der Leute, die Leute in der Schule sind sehr praktisch. Und dass sie sich verbunden haben. An der Uhr schweben. An der Uhr essen und zerbrotet es mit dem zugrunde Stand. An der Uhr schweben sich um die Grenzen nicht weg. An der Uhr schweben. An der Uhr schweben. An der Uhr schweben. Vielen Dank.